Kandidat für die langweiligste Bundesliga-Halbzeit der Saison wahrscheinlich Und ein neunzen zum Nachbericht zu unserem Auswärtssieg beim 1. FC Köln Willkommen zu den Highlights Heißt das eine Tor, das wir erzielen konnten 49. Minute 0 zu 1 Sascha Kalajdzic nach Topflanke von Sosa Kalajdzic steht jetzt auf 10 Saisontoren Und das war der sechste Assist von Borna Sosa Kommen wir zur Spielanalyse Ausstellung erstmal, ja, 10 von 11 quasi richtig Weil Förster hat doch gespielt statt Tommy Und die erste Halbzeit dann war, ja, Kandidat für die langweiligste Bundesliga-Halbzeit der Saison Wahrscheinlich gefühlt, dass es gefühlt nichts passiert Köln hatte den Abschluss von Duda, war es glaube ich noch 17 Der ganze Zeit rausgespielt war, aber halt der Abschluss so schlecht war Dass es auch gefühlt schon keine Chancen mehr war Wir hatten eine ganz nette Kombination dann in der 37. kurz vor Halbzeitende Wo dann Mangala recht frei ist, aber halt das Ding nochmal auf Kalajdzic legen will Scheint einfach selber abzuschließen, wäre vermutlich besser gewesen Hätte er dann Abschluss gesucht und dann war es mit der ersten Halbzeit schon So, die schönen X-Goals zur Halbzeit, da hatte Köln mit 0,1 zu 0,0 geführt Also komplett ereignislose erste Halbzeit, die zweite konnte nur besser werden Wozlein auch, direkt schon nach 4 Minuten, weil unser Tor fiel Eine Sensationsflanke oder quasi ein Sensationsfreistoß hereingabe von Sosa Dieser linke Fuß alleine, der ist schon Geld wert Also es ist unfassbar und Kalajdzic köpft das Ding in die lange Ecke 1 zu 0, unsere Geheimwaffe, wenn es aus dem Spiel nicht passiert, wenn sonst nichts passiert Dann halt so, dann über diese Kombination, über diese Flanken von Sosa Der, habe ich ja nachgefragt, auch im Stream, kam in den Kommentaren Die Aufklärung für mich, dritte Vorlage von Sosa auf ein Sasa oder Sascha Kalajdzic-Kopfballtor Jetzt Sasa auch tatsächlich, ich sage immer Sasa, weiß nicht warum Ich glaube ganz offiziell heißt er ja, Sascha hat jetzt 14 Scorer-Punkte Gleich viele wieder gute Silas Sascha hat 10 Saisortore, 4 Vorlagen und Silas noch ein Tor mehr quasi Und ist deswegen auch ein Assist weniger, also 11 und 3 Sehr, sehr stark bei Silas, glaube ich, dass sie gerade, ja, nicht scheiße Aber in den letzten Spielern keine Scorer-Punkte sammeln können Deswegen umso besser, dass wir vorne mit Kalajdzic einen haben Der gerade am Sammeln ist und einen wahnsinnigen Februar erlebt Vielleicht ist er sogar auch ein möglicher Player of the Month, wer weiß Gerade auch wenn Gonzalez ausfällt, richtig stark, dass der gerade so zündet Danach noch zwei kleinere Chancen durch Silas Immer aus rechts spitzem Winkel, die Horn entschärfen konnte Köln hatte nochmal eine dicke Chance durch Dennis, der alles richtig macht Bis dann auf den Abschluss zum Glück Und dann nochmal auch irgendwie 15 Minuten vor Spielende grob Öttschern mit einem Lattenkracher Aber sonst geht das glaube ich in Ordnung, dass wir das Spiel gewinnen Einfach weil wir mehr vom Spiel hatten über das ganze Spiel hinaus Große Chancen gab es nicht, auf beiden Seiten nicht Aber am Ende ging es leider mir doch wieder zu sehr in die Richtung von Berlin Du hattest schon, die Angst war schon gut in der Luft Dass Köln irgendwann das 1 zu 1 macht Was wir zum Glück nicht getan haben Aber ja, hätte man auch eher noch auf ein 2 zu 0 gehen können Was wir gefühlt nicht mehr getan haben Aber wie gesagt, geht in Ordnung, ist 0 zu 1 Auch in Unschieden wäre in Ordnung gegangen Aber natürlich freuen wir uns umso mehr über das 0 zu 1 Sehr, sehr wichtige Punkte Klassischer Arbeitssieg und einfach wichtige Punkte in Richtung Klassenerhalt Kommen wir zur Tabellensituation Wo wir weiterhin auf Platz 10 sind Den werden wir auch, weil die Aufnahme hier ist quasi noch vor den Sonntagsspielen Bevor die durch sind Den wir aber auch weiterhin auch behalten müssten Von dem, was hinter uns noch kommt und Punkte holen könnte Heißt, wir haben aus 22 Spielen 29 Punkte geholt 7 Siege, 8 Unschieden, 7 Niederlagen Wie gesagt, weiterhin für die Aufsteiger eine sehr, sehr schöne Saison für uns Fans Und mit unserem guten Torverhältnis immer eingerechnet Also quasi immer einen Punkt mehr, bei dem was ich jetzt gleich erzähle Haben wir 10 Punkte auf Platz 16 Bielefeld Die halt auch, klar, noch ein Nachholspiel haben Und halt auch auf Berlin, die sind auch punktgleich auf 15 Die haben kein Nachholspiel, weil die spielen aber heute noch gegen Leipzig Müssen sie noch ran Und auf Platz 17 Mainz ist noch mal ein Punkt mehr Die fangen jetzt gerade an zu punkten Aber ist noch mal ein Punkt mehr Auswärts gesehen Waren wir glaube ich vor dem Spiel auf Platz 4 Jetzt sind wir auf Platz 3 hochgehüpft Und haben da 20 Punkte aus 12 Spielen geholt Auswärts Sehr, sehr stark Also weiterhin so, wie ich es mir erhofft hatte Kommen wir zum Man of the Match Und da wird es dann auch ein Voting im Community Tab geben Wie auch vor den Spielen zu Sieg, Niederlage und Unschieden Eure Prognose Gibt es jetzt auch das Voting zum Man of the Match Ihr werdet gucken, dass ich immer so drei Spieler bringe Das ist, glaube ich, eine ganz gute Zahl Und halt, ihr könnt natürlich da auch in die Kommentare schreiben Ob hier oder ob dann unter dem Community-Beitrag Falls ein Spieler nicht dabei ist, den ihr gerne gesehen hättet Die drei diesmal sind wieder recht Na, nicht langweilig, aber recht klar Also erstmal Sosa und Sascha Kalajdzic wegen der Co-Produktion zum Tor Und auch sonst noch anständigen Leistungen Und dann der dritte fällt fast einen Ticken schwerer Weil es war wirklich ein langweiliges Spiel Aber ich nehme wieder Anton Ja, einfach grundsolide agiert hat Hat wieder von den drei da hinten kämpft Anton und Afropanos hatten mir dann Oder am Ende noch Stenzel Er hat mir dann wieder am meisten Sicherheit gegeben Also am meisten das Gefühl gegeben Ja, an dem kommst du nicht vorbei Deswegen die drei stelle ich da auf Sonst zur restlichen Teamleistung Wie gesagt, war kein besonderes Spiel Deswegen auch überall durchweg Ja, recht durchschnittliche Leistungen Also nichts Besonderes Aber auch nicht schlecht, ne So soll es auch nicht wirken Die Einwechslung haben nicht so Nicht so wirklich gezündet Tommy war wieder ganz nett Aber halt ein Koulibaly Bringt leider tatsächlich gerade recht wenig Auch ein Silas Recht gut Er hatte seine zwei Schüsse Aber sonst auch wieder sehr Ja, recht unauffällig Weil einfach gefühlt alles über links geht, ne Ob es dann später Sosa und Tommy war Oder dann am Anfang So ist er über links mit Kalajic und so weiter Es geht recht viel über links Und deswegen wirkt Silas Karpio Noch ein bisschen blass auf rechts Aber mein Gott So eine Phase gibt es auch mal Solange du Spiele gewinnst Ist ja alles weiterhin mannschaftsdienlich Und Hauptsache die Punkte einfahren Und zum Ende hin Ihr wisst ja, ich mag die Plattform Und ich mag diese VfB-Bubble Auf Twitter Kommen die Tweets auf dem Match Da suche ich auch mal so zwei, drei raus Und natürlich auch hier wieder wichtig zu sagen Wie immer bei mir Alle Quellen in der Videobeschreibung drin Auch ganz logisch Erster Tweet ist der eben genau Mit dem Bild vom Fernseher quasi Mit den X-Goals Zur Halbzeit war es glaube ich Hatte ich ja schon angesprochen Die erste Halbzeit war der Wahnsinn Dann der zweite Tweet Sasa Kalajic und Pornasosa Mit dem Vergleichsbild Wir hatten ja damals auch die Co-Produktion von Nisua auf Terodde Mit den Flanken und Kopfballtouren Und da haben wir scheinbar wieder Eine weitere Pro-Mance am Start Zwischen Kalajic und Sosa Und der letzte Tweet hier quasi Wenn wir gegen Schalke gewinnen Ist die Messe gelesen Der Kittel geflickt Und so weiter und so fort Auch wie ich angesprochen habe Wenn wir gegen Schalke gewinnen Sind glaube ich die meisten Der gleichen Meinung Dann ist die Saison gefühlt durch Dann haben wir es geschafft Dann ist der Klassen halt recht sicher Und wir können die Saison Sehr, 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 sehr zufrieden Schon zehn Spieltage vor Schluss Oder so gefühlt abhaken Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und lasst mir wie gesagt Wieder gerne Feedback da Zum Format Zum Spiel Zum Kanal Und so weiter und so fort Und dann bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal